Ihr habt doch bestimmt schon mal davon gehört, dass Essen angeht, wie schneller warm wird, wenn man mit einem Löffel in der Mitte ein Loch rein macht. Ich habe zumindest gerade so ein Lifehack-Video im Internet gesehen, ohne weitere Erklärung dazu. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und mal sehen, ob das klappt. So, ich habe jetzt meine vorfrittierten Pommes hier schön auf dem Blech verteilt, natürlich mit Backpapier drunter. Der Backofen läuft schon, er wird langsam warm. Ihr hört das bestimmt im Hintergrund. Ich mache jetzt einfach mit einem Löffel in die Mitte ein Loch und bin mal gespannt, ob die dann wirklich schneller warm werden. So, die Pommes sind zwar lecker geworden, aber aus meiner Sicht hat das mit dem Loch in die Mitte machen überhaupt nichts gebracht. Die haben genauso lang gebraucht wie sonst auch. Bei der Bratfrisch dazu habe ich es jetzt gar nicht probiert. Das ist mit dem Löffel, wenn die noch nur vorgebrüht ist, doch ziemlich doof mit dem Loch. Also, macht euch Gedanken, wo ihr den Heck anwenden könnt. Bei manchen Sachen geht es halt nicht.